Was geht Freunde und herzlich willkommen zu einem brandneuen GTA Online Video heute. Heute erkläre ich euch mal eine richtig geile Geldmethode. Für jeden Anfänger ist das Ganze machbar. Ich erkläre wirklich eins zu eins alles, wie du wirklich schnell an Geld kommen kannst in GTA 5 heute. Einfach in diesem Video. Aber bevor wir hier mit diesem Video anfangen, möchte ich dich nochmal drauf hinweisen. Und zwar abonnier doch einfach mal diesen Kanal, like dieses Video. Es würde mich übertrieben freuen und weiterhelfen. Deswegen jetzt einfach mal auf den Abo-Button drücken und die Glocke natürlich aktivieren. Und noch eine kleine Information. Schau doch einfach mal ganz kurz bei meinem Partner Loot4Games vorbei. Da kannst du auf jeden Fall momentan richtig günstig GTA Money kaufen, Money Booster und was auch immer. Wenn du mir auf Instagram folgst, was auch in der Videobeschreibung verlinkt ist, wirst du auch sehen, dass das Ganze legal ist und alles etc. Du bekommst da innerhalb von 24 Stunden dein Geld. Deswegen schau doch einfach mal bei Loot4Games vorbei. Ist ja auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann mit dem Rabattcode CLOPPA hast du sogar noch Rabatt drauf. So wie du gerade auch gesehen hast, habe ich gerade etwas markiert. Und zwar habe ich ein Zeitrennen markiert. Ja Leute, es gibt wieder ein Zeitrennen im GTA 5 Online. Und zwar dieses Zeitrennen bringt einiges mit. Deswegen mach das auf jeden Fall mal nach. Ich werde dir gleich zeigen, was du wirklich da machen musst, um da wirklich dieses Zeitrennen auch zu gewinnen. Das ist wirklich echt simpel und sehr sehr einfach. Deswegen mach das auf jeden Fall so, wie ich das Ganze einfach gemacht habe. Wenn du es wirklich gut machst, kannst du wirklich von 3 bis 4 Minuten wirklich einfach mal richtig gutes Geld verdienen. Ich habe das Ganze jetzt einfach mal so dir gezeigt. Und zwar hier ungefähr ist dieses Ende von diesem Zeitrennen. Markiere das auf jeden Fall jetzt schon mal ganz genau so, wie ich es gemacht habe. Dann musst du das jetzt nicht gleich machen, weil dann verlierst du ein paar Sekunden. Und zwar jetzt zeige ich dir erstmal, welches Motorrad du auf jeden Fall benutzen solltest für dieses Zeitrennen. Ist ganz, ganz einfach. Ich habe das Ganze einfach mit diesem Motorrad benutzt, wie du jetzt auch gerade gesehen hast. Und zwar kannst du es entweder mit dem Carbon RS kannst du das Ganze benutzen. Das ist ein richtig schnelles Motorrad. Oder du gehst eben unten auf diese Webseite und kaufst eben das Pegassi. Und zwar diese zwei Pegassi, die ich dir eben gerade gezeigt habe. Und zwar hier einmal die Pegassi Barty 801RR oder Pegassi Barty 801. Die Motorräder kann man sehr gut nutzen für dieses Zeitrennen. So, ich habe das Ganze eben mit dem Schnellstmotorrad gemacht. Das musst du unbedingt nicht machen, das ist eben das Schnellste. Das kostet halt eben auch fast 3 Millionen Dollar. Aber, wie gesagt, du hast wahrscheinlich nicht das Geld. Davon gehe ich stark davon aus. Wenn du das Geld hast, dann hol dir auf jeden Fall dieses Motorrad. Dann, ich sage mal, du kannst wirklich echt oft Zeitrennen. Mit Zeitrennen kannst du wirklich gutes Geld machen. Und da ist wirklich dieses Motorrad wirklich das Beste dafür. Aber natürlich, wie gesagt, wenn du das Geld nicht hast, geht das auch mit der Barty sehr, sehr gut. Am besten einfach noch ein bisschen kurz irgendwie tunen. Motor irgendwie volltunen oder was auch immer. Und was ganz, ganz wichtig eben ist bei diesem Zeitrennen, dass du eben auch sicher fährst. Es ist nicht nur sicher, dass du schnell fährst. Du sollst nicht nur schnell fahren, auch nicht zu langsam. Das ist natürlich klar. Aber ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass du sicher fährst. Eben nichts crasht oder was auch immer. Und jede Kurve wirklich sehr, sehr gut mitnimmst. Das ist sehr wichtig bei diesem Zeitrennen. Ansonsten immer schnell fahren. Einfach die ganze Zeit R2 gedrückt halten. Und sicher, trotz allem fahren, konzentriert einfach drauf schauen. Und dann schaffst du das zu 100%. Das weiß ich. Übrigens möchte ich auch nochmal dich drauf hinweisen. Und zwar, schau doch einfach mal auf meinem Instagram-Account vorbei. Ja Leute, da poste ich momentan wirklich so viele Sachen. Und mache auch ein paar Gewinnspiele, etc. Also wirklich, es sind richtig geile Sachen. Es lohnt sich wirklich, wenn du mir jetzt auf Instagram folgst. Einfach, klopper YouTube. Ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Einfach draufklicken, mir einen Follower dalassen. Würde ich mich auch übertrieben freuen. Ansonsten kannst du auch gerne mich hier abonnieren auf YouTube. Das würde mich auch übertrieben freuen. Wir sind ja auch, ja, was heißt, kurz vor den 50k. Noch ein bisschen weit sind wir weg. Es ist ja fehlen noch 10k. Wir haben ja letztens auch die 40k erreicht. Und dafür bin ich wirklich mega stolz. Und da möchte ich auch nochmal ein ganz kurzes Dankeschön an jeden Einzelnen sagen. Wirklich, der, wo gerade momentan abonniert. Und mich so krass supportet. Deswegen ein fettes, fettes Dankeschön an jeden Einzelnen. So wie du siehst, habe ich das Ganze eben markiert. Und das Ende von diesem Zeitrennen ist auch hier in der Nähe. Und dann fährst du einfach nur noch über diese Wiese. Einfach bitte nicht einfach die Straße irgendwie entlangfahren. Hier am Ende, weil das kostet dich ziemlich viel Zeit. Einfach über diese Wiese fahren. Und wie du siehst, habe ich das. Ja, ich habe es knapp, habe ich es geschafft. Aber ich muss aber auch sagen, ich habe auch sehr viel Zeit weggelassen. Wie du siehst, 102.000 Dollar ist wirklich schnell und sehr gut verdientes Geld. Deswegen macht das auf jeden Fall nach, Leute. Dann würde ich sagen, warst das auch schon mit dem heutigen Video. Dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Klopa. Ciao, ciao.